Oh nein, ich schon wieder. Noch mehr von den Viechern. In der Gilde wartet eine wichtige Questkante auf euch. Ein einziges von diesen Viechern mehr annervt mir schon, aber... Gebundelt sind die Viecher noch wreckiger Mist. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh, schon der letzte. Alter, ich bin nicht... Oh nein. Oh nein. Ich bin eigentlich ausgewichen. Und muss jetzt erst mal heulen und vielleicht ein bisschen upgraden und speichern. Speichern ist ganz wichtig. Weil das ja gern mal beim Upgraden ein bisschen... Ich weiß nicht. Oh, es tickt. Das reicht. Ja, da war ich da. Ich musste mir jetzt erst hier den Quest holen, von dort kommen und, oh Gott, schützt das Volk von Nothole Glade vor dem weißen Balverin. Obhülle. Händler-Massaker. Händler-Rettung. Sie hört sich aus. Sie hört sich aus. Und hier, 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 uns willst du eine Runde aufs Ohr legen, damit wir wieder geheilt sind. Du könntest jetzt das Bett nicht benutzen. Toll. Die Betten, die wir nicht benutzen dürfen. Der Held, der dankt. Die Betten dürfen wir nicht benutzen, aber nach dem Helden, nach dem schreien sie dann. Könntest du das Bett nicht benutzen? Toll. Dann gehen wir halt runter und schauen, ob es hier irgendwas gibt. Oh ja. Hallo auch. Oh, hallo auch. Die Trailer. Da. Da. Der Porsche. Da. Möchte ich nicht nur. Kannst du in dieser schrecklichen Gilde nicht mehr schlafen. Forten wir uns. Oh, ja. Erstmal ziehen wir den Grabhügel an und schauen mal, was wir da anstehen können. So ist es besser. Da seid ihr ja. Wurde auch Zeit. Einige der Jungs konnten wohl nicht warten und haben schon angefangen. Wir sollten mitmischen, solange noch ein paar Händler übrig sind. Oh, und macht keine Gefangenen. Wir haben bereits genug davon. Das möchte ich aber nicht. Nein, nein. Nein. Was ist das für ein Quest? Was ist das für ein Quest? Ja, das ist gut. Macht ja keine Händler massakrieren, Mann. Ich bin doch ein Held. Quest. Indler Massaker. Den will ich mehr rühren. Was wäre ich denn für ein Held, wenn ich unschuldige Händler massakrieren würde? Ach, Avos sei Dank, ihr seid hier, Sir. Die Situation ist übel, wirklich übel. Das heißt, Sire. Sie haben Schutzgeld von der Händlergemeinschaft und nahmen drei Geiseln, um zu beweisen, dass sie es ernst meinen. Die Gemeinschaft weigert sich zu zahlen und heute ist der letzte Tag. Sie haben mich gerufen, weil ich ihnen was schulde, aber... Ich habe gerade erst die Wächterschule abgeschlossen und mit nur einer drei Minus in Geiselbefreiung... Das ist natürlich scheiße. Wisst ihr was? Ich sage euch, wo sie sind und überlasse euch den Rest. Mal sehen, ähm... Einer ist unten am Berg und, äh, zwei weitere sind auf der anderen Seite der großen Tore. Alles klar, also mach jetzt einen taktischen Rückzug, bevor sie mich sehen. Äh, viel Glück. Was für ein Hälter, ey. Und ich darf mich schon wieder heilen. Was für ein Hälter, ey. Was für ein Hälter, ey. Da waren's ein paar weniger. Oh. Was für ein Hälter, ey. So. Ihr seid von der Gilde! Endlich, Rettung! Ja, endlich! Komm, schnell weg! Der Weg ist frei, Mann! Braucht ihr jemanden als Rückendeckung? Hm, nein. Volle Helf, ein paar Healing-Tränke, das wär's jetzt noch. Mein voller Helf hab ich. Ja? Aus dem Weg, du Alme. Hm.